So. Das ist ja ganz toll. Neuer Häftling. Ja, ähm... Wir sind wieder auf Anfang. Die Doktorin möchte uns doch gerne... ...helfen anscheinend jetzt auf einmal. Aber es brennt hier nicht mehr. Wumischerweise. Und wir können ja froh sein, dass die Roboter uns nicht gekillt haben, sondern nur zur Zelle gebracht haben anscheinend. Huch. Äh... Ich geh trotzdem einmal drüben gucken. Nur um zu checken, was da ist. Letzte Kapitel wahrscheinlich jetzt hier. Moin. Ich will einfach nur mal wissen, was hier so Phase ist. Nur mal für mich, fürs Gemüt. Okay. Hier ist sonst auch nichts. Boah, das sieht schon cool aus, ne? Da oben hatten wir ja gekämpft, ne? Da ist doch dieser, dieser... Dieser Raum, wo der eine... Ach, wie hieß er denn jetzt noch? Gegen den wir gerade gekämpft hatten. Ah. Voll am Gurgeln. So. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wie lange das letzte Kapitel jetzt geht. Bin ich mal gespannt. Von ihm können wir dann hier jetzt noch retten anscheinend. Oder sagt sie zumindest. Mal gucken. Schauen wir mal. Äh, es war so klar. Die sind ja so ein bisschen wie die Facehugger von Alien, ne? Sobald sie dir ins Gesicht springen, bist du infiziert. Ah, guck mal an. Da haben wir noch ein... Äh, noch ein Dings. Schaut gerade, ob wir hier noch ein... Äh, ein paar Credits bekommen. Lass wir vielleicht den Revolver noch ein bisschen leveln. Oh, warte mal. Jo. Und leben. Jo. Ich will leben. Und zwar jeden Tag alles geben. Wie ich es mag. So, was haben wir hier? Für 300 machen wir den Schaden mehr. Ja. Haben wir nicht. 256. Können wir was verkaufen? Jo. Jetzt können wir es kaufen. So, warte. Dann machen wir das nochmal. So. Damit der Revolver auch ein bisschen gelevelt ist. Bzzz, bzzz, bzzz. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Aber ich gehe ganz stark von aus. Wir werden unseren Freund wiedersehen da. Diesen Dude. Der ist... Ja, oh von 900. Ja, Magazingröße. Auf jeden Fall. Machen wir. Der hat sich jetzt angekündigt. Und der wird wiederkommen. Ich hoffe, wir werden Dani retten können. Ich hoffe. So. Damit haben wir es. Ähm. Ja. Wir brauchen eine Sicherung. So viel ist klar. Ja. Server Raum B315. Ich bin gespannt, wie der Revolver so ist. Schauen wir mal. So. Hier waren ja nur... Genau. Okay. Okay. Ich habe die Sicherung schon gesehen, glaube ich. Was ist das? Was? Ist das der Große? Es ist der Große. Ernsthaft? Die Tür ist zu, ne? Wir müssen gegen den kämpfen. Oh, really? Schon wieder? Okay. Das enttäuscht mich ein bisschen. Das ist ein bisschen... Also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Noch ein Alternativgegner. Das ist ja voll... Gegner-Recycling. Nennt man das. Oder... Ja, das ist der. Und der steht genau an der Sicherung. Och, leck mich doch fett. Wir haben den Revolver. Wir haben... Ich probiere den mal aus. Der hat 10 Schuss. Und anschließend dann wieder unsere Flinte. So, ich habe den. Ich habe den. Okay. Alles klar. Nee, ich kann nichts werfen. Ich muss... Ich kann mal hier gegen schlagen. Nee. Juck den gar nicht. Juck den gar nicht. Erinnert mich ein bisschen an Amnesia. Der eine Raum. Toll. Das war's schon. Ich nehme die Sicherung mit. Geht gar nicht. Haha. Tschau. Lade nach. Gut. Der ist jetzt einfach, weil er jetzt im Raum ist, ne? Äh, ich habe nur noch einen Schuss. Willst du mich verarschen? Wo ist er? Äh, ja. Gibt es hier irgendwo was zu sammeln? Du, du, du. Du, 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 du. Hier gibt es nichts zum Sammeln. Ja, es ist ja ganz toll. Wo ist er? Oha. Äh, was macht ihr, wenn ich keine Muni mehr habe? Dann muss ich zuschlagen, ne? Wo ist er denn? Ich habe echt keine Muni mehr. Really? Doch, da oben noch. Uah. Nein. Uhuhu. Toll. Großartig. Hier liegt sein komischer Kollege. Sein komischer anderer Kopfkollege. Und wir kriegen jetzt Besuch. Nochmal. Oder? Gut. Dann haben wir das. Wie oft wird der wohl nochmal kommen? Ich sag, der kommt noch zweimal. Mindestens. So, nochmal 46 Credits. Eilen können wir uns nicht, weil wir nichts haben. Keine Ahnung. Sagst du mir. CPU-Drucker. Okay. So. Ach, guck mal. Die haben... Okay, ich verstehe. Ach, fick dich doch. Wir haben hier auf jeden Fall die Zellen quasi kontrolliert. Oh. Tach. Der wird doch auch kommen. Natürlich. Natürlich. Es war so klar. Es war so klar. Wie schnell die rennen können, ne? Alter Schwede. Leck mich fett. Gibt mir ein bisschen Leben, Mann. Ich will leben. Ich will leben. La 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 la. Noch was erleben. Ich hab gewusst, dass der aus dem Fenster springt. Scheiße. Scheiße. Dabei wollte ich nur von Dr. Thaler, was ist Mene, die Beobachtung einfach mir mal anhören. Beobachtungsprotokoll. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. Aha. In das Programm wird empfohlen. So, einen müssen wir noch entdecken. Dann haben wir fast alle, glaube ich. Es wäre schön, wenn das Spiel mir mal eine Gesundheitsspritze geben würde. Oder zumindest irgendwie... Oh ja, Spinde. Bitte. Munition ist auch schön. Toll. Großartig. Ui. Das sieht aus wie bei Daylight. Nein. Hör auf damit. Hör auf. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nein, hör auf damit Ah, es war so klar Das war so klar Scheiße Und kein Leben, ne? Das ist ja ein beschissener Speicherpunkt jetzt Ach, ist das kacke, Mann Also der Revolver bringt gar nichts Toll Kann ich einfach auf den schon schießen da? Ich teste das mal Der andere kommt doch auch, ne? Wo kam der? Da Der hatte doch was gedroppt Drop it like it's hard Scheiße Gut, wenn man es weiß, ist es einfach Bitte leben Ja Was ist der Rest vom Schützenfest? Gummizellen Ja gut, wenn die geforscht haben mit den Insassen Klar, logisch, macht Sinn Dann haben die Nein, uah, uah Nein, das ist gar nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Nein Das war so klar Wie doof Wie doof, Mann Er wechselt nicht auf die Waffe mit Munition Wie bescheuert Mann Mann, du Schlingel Spiel, gib mir mehr Leben Da kommt da jemand Nö, bevor du rotzt, explodierst du So Hab ich mich jetzt für entschieden Oh, Jan Nein Es war so klar Wie viel haben wir denn noch? Au Die große Parade Wappen, Beine weg Was willst du denn? Meine Güte Jetzt haben wir mal Ruhe hier im Karton Der Tor Der Tor so Ja, ja Schwer was los hier, die Insassen Hä, warum ist das Spiel nicht so angefangen? Hätte ich viel geiler gefunden im Knast Dann halt so Aber gut, dann hätte man sofort gewusst, was Phase ist, ne? Ähm Ja, ich glaube, ich bleibe erst mal hier Bald Noch 100 Kilometer Dann sind sie bald da Gib mir mal ein bisschen Leben Na, wer ist wach? Nein Nein Oh ja Deadwatch, she said Mann, wieso schieße ich daneben Bamm, voll aus dem Leben gehauen Mann Nicht schon wieder sterben, Mann Oh Gott, dieses Kampfsystem Gott, dieses Kampfsystem ist so furchtbar Und er wechselt halt einfach nicht auf die Waffen, die man hat Es ist so nervig Wenn ich jetzt hier drauf drücke Wechselt er auf die Null Warum wechselt er auf die Null? Also, ich hätte gerne Revolver Und dann hätte ich gerne Die vielleicht Oh lol Okay Es ist so doof Na komm Warum nicht gleich so? Mann, du Schlingel So Gesundheitsinjektor Den hauen wir uns direkt mal in den Balch Oh ja Leichenhalle A222 Das klingt doch super Das klingt doch Das Das was könnte Da gehen wir doch direkt mal rein Guten Tag Kann ich sie mitnehmen? Nein Ja Ich bin unschlüssig Es war so klar Gesell dich mal dazu, bitte So Wo sind wir denn? Schrufflen-Muni Psychiatrie-Block Das wird ja immer besser Erst in der Leichenhalle Dann im Psychiatrie-Block Leichenhalle Psychiatrie-Block Leichenhallen Psychiatrie-Block Leichenhalle Tschüss Leichenhallen Psychiatrie-Block Scheiße, der ist unten Moment, bevor wir jetzt Leichenhallen Psychiatrie-Block Besser kann es nicht gehen Leichenhallen Psychiatrie-Block Wo willst du da noch stehen? Äh, wir müssen wahrscheinlich durch diese Tür, oder? Oder wir müssen doch da runter Wo ich ihn runtergeschmissen habe Den einen Okay Gut, dass wir hier nochmal gucken waren In diesem Raum voller nichts Von der Leichenhalle kamen wir, ne? Genau, okay Und dann Alles klar So, dann wollen wir mal Das ist nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Habe ich alles nachgeladen? Nein Echt? Erinnere dich an Im Krankenhaus, wo nochmal war's? Oh Gott Psychiatrie-Block Es war so klar Es war so klar, Mann Lass mich los, du Affe Also wenn ich das An einem Krankenhaus erinnert Wo du mal warst Dann Möchte ich gar nicht wissen Welches Krankenhaus das war Also Hygiene wird hier Ganz groß geschrieben Äh Alter, wo kommt der her? Aua Aua Nein Schieß doch, Mann Schieß doch Sag mal Also Manchmal Irgendwie Weiß ich nicht Dann Däh 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 Vielen Dank.